Kann ich im Kaskadenland von Super Mario Odyssey den Kampf gegen Madame Brutal skippen? Normalerweise braucht man den Multimond von ihr, um das Kaskadenland abschließen zu können. Aber es geht auch ohne. Als allererstes holen wir uns diesen Mond hier. Der ist noch sehr, sehr einfach. Da in der Truhe ist auch ein Mond, von vorne kommt man aber nicht rein. Und jetzt will ich mich mit einem Instant Roll Cancel hier in die Wand reinblitchen. Und dann springen wir von hier aus nochmal weiter. Jetzt gleich kommen wir von hier aus von hinten an die Truhe ran. Und wir sind drin und können uns einen weiteren Mond holen. Drei Monde fehlen noch und hier hinter dieser Steinwand können wir uns einen ganz einfachen holen. Sehr schön. Der vorletzte ist auch sehr einfach, nämlich hier in der 2D-Passage. Und jetzt wollen wir nicht gegen Madame Brutal kämpfen, sondern uns stattdessen diesen Mond dort oben holen. Dafür wechsle ich auf den Zweispieler-Modus und mache jetzt einen Cappy Return Cancel. Ich platziere dafür Cappy in etwa hier. Während Cappy noch irgendwo da oben ist, stelle ich mich mit Mario an eine ganz bestimmte Stelle hin, richte die Kamera nach oben aus, ducke mich und schüttele ganz, ganz fest. Und ich hab's geschafft! Jetzt kann ich mich da einfach hin teleportieren und den fünften und letzten Mond einsammeln.